Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das Coronavirus hält Bayern und seine Menschen weiterhin im Atem. Doch auch in dieser Woche sind wir in der Bayern-Koalition ein Stück weitergekommen in unserem Bemühen, die Zunahme der Ansteckungen weiter zu verlangsamen. Überraschend viele Menschen im Freistaat befolgen die seit knapp zwei Wochen geltende Ausgangsbeschränkung. Dafür danke ich Ihnen allen sehr, denn Sie schützen damit nicht nur Ihr eigenes Leben, sondern gerade das der Corona-Risikogruppen. Auch für in Not geratene Selbstständige, Freiberufler, kleine Unternehmen und Landwirte habe ich gute Nachrichten. Sie alle dürfen die Corona-Soforthilfen des Bayerischen Wirtschaftsministeriums beantragen. Das Auszahlungsverfahren wurde beschleunigt. Es wird nun vollständig online abgewickelt und es gibt mehr Geld. Soforthilfen, die Sie nicht zurückzahlen müssen. Falls auch Ihre Firma in wirtschaftlicher Schieflage geraten sein sollte, klicken Sie bitte auf den Link unterhalb des Videos. Dort wird Ihnen so rasch und so umfassend wie möglich geholfen. Und noch eine Bitte hätte ich an Sie, zumal das Wetter übers Wochenende sehr sonnig werden soll. Bleiben Sie weiterhin zu Hause und retten Sie damit Leben. Noch haben wir die Corona-Pandemie nicht überstanden. So schwer das angesichts frühlingshafter Temperaturen auch fällt. Es hat seinen Grund, dass die Polizei Seen, Liegewiesen, Sport und Grillbritze absperrt und streng kontrolliert. Danke für Ihr Verständnis. Bleiben Sie gesund und Gott schütze Sie. Beide Sie gesund und Gott schütze Sie.